So, spezieren. Kriege ich meine Zeit? Eine gute Zeit? Eine gute Zeit. 59. Eine gute Zeit. Eine gute Zeit. Es geht um und um. Es ist Saturday. Es ist Karaoke time. Heute Abend ist wieder Swing Karaoke. Let's swing together. But not immediately. Guten Abend natürlich Hamburg, Schloss Holste, Bielefeld, Gütersloh, Gießen, Hamburg, München. Vogtsheim. Vogtsheim. Grüezi. Grüezi. Grüezi miteinander in der Schweiz. Und natürlich guten Abend in Berlin. Pankow, Weißensee, Pressler, Berg, Steglitz, Schödelberg, Charlottenburg, Moabit. Nicht zu vergessen. Moabit. Ja, ganz, ganz, ganz wichtig Moabit. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Heute Abend ist Sonnabend und ich hoffe, ihr seid gut vorbereitet. Nicht sofort spielen wir das. Ein bisschen später kommt es. Aber in wenigen Minuten spielen wir zusammen. Ihr singt, ihr spielt, ihr tanzt. Wir sind wahnsinnig gespannt auf eure Videoclips. Ihr werdet euch ja filmen und dann schickt ihr uns die Videoclips, postet sie auf Instagram oder hier auf Facebook. Und dann geht es los mit dem Voting und wir werden sehen, welches Video gewinnt. Bis Montagabend wird noch gerechnet und natürlich Montagabend, bis Montagabend könnt ihr wohnen. So, Karaoke will be off in a couple of minutes. But I hope you're prepared. You're ready to dance to our music. Ain't misbehavin', you remember. Play along or sing along. And, well, we are looking forward to receiving your videos. And you can, you know, you have to film yourself. You can send it to Instagram or post it on our Facebook page. And voting will kick off immediately and continue up to Monday night. And of course the video with the majority of the votes, likes, will win. Two tickets for our first After Corona concert. Or alternatively you can of course win our brand new CD. The music goes round and round volume 1. Which you can purchase on Bandcamp. But you don't need to purchase it in case you win it. Let's swing together. Alright, I hope you are ready. And we will be back with this thing. But first of all, of course, as always, Song of Today. Of course, before we do karaoke and everything else. First of all, Song of Today. Number 1. Think about it. You always have to write 1, 2 or 3. Number 1 is a song named David. David, come on. Tell us what to play. I've got a bucket full of drinks. Okay, okay. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Count it in. 1, 2, 1, 2, 3, 4. I'm a millionaire. I've got no time to care. Cause I've got a pocket full of drinks. I've got a pocket full of drinks. Alright. Okay, and by the way, by the way, don't forget to tip the music. Tip the music via PayPal. Here is our PayPal account. As you know, we have blocked all our chosen councils and we really depend on you. So please, if possible, donate something to our PayPal account. It's most appreciated. Ganz, ganz wichtig. Ich sag's immer wieder. Ich weiß, es ist nicht einfach für alle von uns, aber Musiker und Schauspieler, Fotografen, aber Musiker haben eben keine Möglichkeit, im Moment Geld zu verdienen. Wir können nicht auftreten, nirgendwo auftreten. Insofern ist PayPal, eure Spenden, das ist unsere einzige Möglichkeit, überhaupt etwas zu verdienen für die Musiker hier. Wir freuen uns sehr über eure Spenden. Hier ist der PayPal-Account mit der Aue.com, wenn ihr etwas spendet. Wir freuen uns außerordentlich darüber. Okay, und hier ist der zweite Song. Vorgeschlagen, ja, von wem denn eigentlich? Oh, von Daniel Dusbiba! Daniel Dusbiba has suggested the song a sure win. No, 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 it's not a sure win. We'll see him. Number two, after you've gone. One, two, one, two, three. One, two, 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 one Nummer 13, wenn du dich glücklich machen möchtest, kannst du Nummer 2 wählen. Aber hier kommt Nummer 3. Okay, hier kommt Nummer 3. Und hier kommt Rachel Henry. Welchen Song möchtest du heute singen? Das ist es. Okay, Nummer 3, das ist es. Hier geht's. Das ist es. Mein größer Romanz. Ich will nicht mehr auf den Rundfisch. Ich bin mein, mein Loneliness dies. Ich bin dein, mein Selbstmight. Ich bin dein, mein Selbstmight. Das ist es. 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 Okay, gut. Okay, jetzt könnt ihr abstimmen. Voting is kicking off right now. Please vote one, two or three. Your votes will be counted. And put together. And at the end of the show, we are going to play for you the song you have chosen. Also jetzt bitte abstimmen. Einfach nur schreiben wie immer 1, 2, 3. Hier werden die Stimmen schon fleißig gezählt. Ich sehe es. Und stimmt ab 1, 2 oder 3. Und natürlich klar, der Song mit den meisten Stimmen wird am Ende der Show gespielt. Und zwar in voller Länge. Hier ist eine wunderschöne Melodie, die wir für euch spielen wollen. Die wir alle lieben. David. Okay. Äh. Hat das nicht auch Erbogen gesungen? Meinst du, you want me to do it or I only have one? I only have one. Na, gleich nicht. Auf jeden Fall kann ich die Version von Big Paul wieder ausprobieren. AAA- How are the stars out tonight, I don't know if it's cloudy or bright cuz I only have eyes for you i dear. The moon may be high, but I can still feel the sky Cause our only abides in the world I don't know if we're in the garden Or on the crowded avenue You are here, so am I Maybe millions of people alive But they will disappear from you And I only rise for you The moon may be high, but I don't know if we're in the garden The moon may be high, but I don't know if we're in the garden The moon may be high, but I can still feel the sky Cause our only abides in the garden The moon may be high, but I don't know if we're in the garden The moon may be high, but I don't know if we're in the garden But anyway, this is a wonderful song and I hope it has liked you The moon may be high, but I don't know if we're in the garden The moon may be high, but I don't know if we're in the garden And if you're in the garden And if you're in the garden If you're in the garden Es ist ein schönes Song, ich liebe diese Song so viel. Rachel wird es singen, und die Song ist called The Way You Look Tonight. The Way You Look Tonight. The Way You Look Tonight. Love, baby, never, never change. Keep that breathless child, won't you please arrange it? Cause I love The Way You Look Tonight. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.